So, und Markus Binder, jawohl, auch jetzt im zweiten Rennlauf eine Topmarke! 53,33 für den Ostdorfer! Werner Hofer auf Erdnissermesser, 56! Kaffee, für den 8. Infolge, Stadion Kainer und Stadion sind in Erinnerung, lässt sich der Lohnungsaufwand in Sport ist, weil er sich leider ausmacht. Für den Kombi-Ofer! 3.� 1.Full ... 3.30 ... Aufrass der Im 감사합니다. in seiner Dimension abgängend ... Ein thirst, derорт, der 169 ... Und er hat die 3. Maske sichtbar ... 1.Full ... 2.30 ... 3.30. ...Lotus-Omega-3-Kompetenz-Turbo. Ja, und so wie es ausschaut, die technischen Probleme, wir haben es ja gehört von Thomas Holtmann. Das ist doch ein gravierender sein, denn... ...Kompetenz-Turbo. Hier, Lokal-Masur, hier. 46. ...Slauer. Und so wissen Sie auch gerade, Felix Beiler, im Landshirt-Hälster. Ich sehe gerade. Also, die Zeit für Gregor Hotels, der Rennen auf 0-3-15, die Kramer jetzt 9. So. 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 So, so. Manfred Platzer. ...Platzer. ...Fort Thomas Leberhofer. ...58,95. Platz 2. ...Fort Thomas Leberhofer. Und neuerführlicher, Markus Hofleiter. ...58,25, ...Adehiel. ... ...32. Das ist Markus Hofleiter. ... ...34, ...Slauturbo. ... Vorderbühringer Gregor Hunder mit seiner Zeit von 1,04 87 und Michael Schieder 1,05 6 und alt. Vorderbühringer 1,05 6 und alt. 1,05 6 und alt. Ein Teil ist ja sein Heiler. Die Strecke ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss.